So, da wären wir da. So, schauen wir mal, ob wir wieder rauskommen hier. Reicht doch so. Ja. Oh. Eisen. Viel Eisen. Wann komme ich noch nicht dran? Okay. Ich brauche mal einen Schutz. Ja, warte ich. Oh, hier ist auch Eisen. Hier bei diesen komischen Stein, siehst du, das ist echt sehr schlecht. Anderen Rucksack. Zinn. Oh, da ist ein Blitz. Oh. Und Zartus Quarze. Da hinten ist ein Blitz. Blitz. Dann renne ich einmal jetzt durch. Au. Ich bin runtergefallen. Nein. Ja, aber nicht tief. Also können wir da nicht durch. Oh. Oh. Warte, ich baue mich mal wieder hoch. Vorsicht, 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 das Lava überall. Ich weiß. Ich weiß. Was sind Diamanten? Das Schillender Erz. Achso. Ja. Weil da hinten ist direkt wieder ein Blitz. Bauen wir jetzt erstmal hier so ab, was wir hier finden. Ja, wenn ich rüberkommen will. Ja. Wobei, da unten könnte die Chance groß sein, dass da unten wertvolle Sachen sind. Ja, aber erstmal hier. Ja, aber erstmal hier. Ich bin ganz schön. Vorsichtig nur um runterbauen. Ja, da könnte Freude kommen. Ich habe nicht hier. Hier war Blei, was? Hab ich hier auch gerade. Oh. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Was ist das? Ich wollte's welche haben. Ohne Ende schneiden. Ja, wenn ich zubaugen kann, bitte. Warte. Du stehst in mir nicht einfach. Oh. Hau doch mal ab! Oh, du bist nervig echt. Achso. Also, da kann ich den Geraden machen. Oh, ich bin echt neben euch, da muss mich nicht gemacht, du bist. Und dann welche. So, Brüder. Okay, dann kann ich jetzt zubauen. Danke. Zack. Da ist nämlich was. Da ist noch was. Ja, sehe ich doch gerade. Da wollte ich ja eigentlich hin, aber du standst. Da ist noch Eisenerz. Oh, wo ist denn da? Hier. Boah, das ist Lava. Hm, das ist viel Lava. Also eigentlich relativ interessant da gleich mal zu gucken. Auf jeden Fall. Weil Lava ist es meistens auch. Das Golderz. Vorsicht. Ich muss die Erze mal eben. Aussortieren. Ja, wieder rein. in den Rucksack. Kies brauche ich auch immer. Den halte ich auch immer gerne. Ach, ein Mini-Zombie-Shit. Krasse. Mini-Zombie. Naja, ich hatte gefragt. Hast du. Ja, ja. Hab ich. Drecksviecher. Ich höre das schon sehr mega. Ja, das ist nicht klar. Das Malachid nehme ich auch mal mit. Ja, man weiß ja nie wofür. Was macht der Hund denn da schon wieder? Ach, schon wieder die Tür auf. Ich weiß nicht, was der Moment hat, ey. Voll gescheuert ist der. Ja, dann hilft nur eins. Schauf, ey. Okay, ich bin hinter dir. Vielleicht. Was is das? Gott vat diese nicht. Gebet. Und rechts. Não. Die Flöger. Die Flöger. Das ist der Kill. wasser gefunden redstone da hast du gefunden redstone hast du redstone gefunden war meine frage damit ja 19 stück schon mal ja cool ich weiß dich jetzt in die lave so aufpassen machst du nicht dann wird jetzt konstruierlich weniger werden ja ich weiß ja erst mal die lava weg und dann bauen wir an den seiten an den wänden nach und nach ab weil hier ist ja schon erde ganze kackesstifte nämlich machen doch da muss das eigentlich schade um die lava weil es ruhige lava ja aber irgendwie machen ja da oben ist auch redstone also wir müssen uns viel hoch bauen ja da ist noch keine fackeln also da kommen wieder fackeln ja jetzt mach hier unten auf dem boden auch weil das sind zu duster ja das so eine tiefe schlucht ist dank der erde haben wir genug zum hochbauen nachher mhm wappes mhm aufpassen dass ich mich selber irgendwo hänge schleuner werden und hinter mir noch gegebenenfalls lava ist weißt du kommt gar nicht so gut da so so jetzt gehen wir erstmal die schlucht hier ab Auf jeden Fall viel hochbauen, weil zwischendurch echt... Boah, das Wasser geht mir aber auf den Sack. Ich möchte mal eben... Guck mal. Nehmen wir einfach hier so eine Wand. Hier auch viel Silber und so. Das ist ein pheröses Erz. Ich weiß nicht mehr, wofür wir das genau brauchen, aber... Achso, tschuldigung, mach du doch. Alles gut. Bei dem einen, da war noch Verletzt und dann müssen wir uns echt hochbauen, weil... Leider brauchen wir das ja so massig. Joa... Boah, das stimmt. Ich hab immer noch keine... Dings gebaut. So. Mich würde mal interessieren, ob hinter der Erde was ist. Ich weiß nicht. Das werde ich gleich wissen. Weil ich brauche Erde zum Hochbauen, ist die halt besser. Mhm. Oh, ich hab gerade mal fünf Redstone... ...geholt. Oh, ich hab Redstone gefunden unter der Erde. ...dass ich die Erde weggemacht hab. Äh, ich hab nochmal 15 Redstone geholt. Ja, ich hab leider keine Schippe dabei. Ich hör noch Lava. Joa, das kann gut sein. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Das kann gut sein. So, wir sind jetzt noch heute Erde weg. Da ist auch nochmal Redstone. Das Hauptproblem, welches ich gerade hab, ist, dass ich keine Schippe habe. Wolltest du gerne craften? Wenn du noch Eisen da hast, dann... Sicher. Habe ich dir vorhin schon angeboten. Du kannst es gerne haben. Ich hab 30 nochmal gefunden. Redstone. Klingt doch gut. Ja, das ist mal so. Das ist mal so. So, 59. Komm, ja. Das ist ein B. Ach, da hinten. Da oben nimmst du auch noch. Und... Ich hab ganz viel gesagt. Wie so. Äh, warte mal. Genau, Eis. Wie? Wie? Alles andere hasse? Ja, alles andere habe ich. Ja, alles andere habe ich. Bitte. Warte. Danke. Reicht, ne? Ja, so viel brauche ich mal nicht. Oh, muss nämlich auch noch Erde, weil unter der Erde... Könnte Redstone sein. Ich mach jetzt überall die Erde weg. Hm. Und ich hab wieder Redstone. Oh, ich hab Lava. Hey. Ich glücklicher. Hey, ich hab Lava. Hey. Was? Gut Redstone. Ist ja egal, wer das findet. Hauptsache... Hey, ich hab Redstone gefunden. Was? Ich hab Silber und Blei wieder. Ich hab Silber und Blei wieder. Also hört's darum, wenn wir dies nur ein bisschen mehr haben. Und dann allein durch den Lack, da wir auch Glück drauf haben auf den... Schippen. Meine Schippe geht langsam kaputt. Aber das wird gar keine Goldbischöfe finden. Jetzt ist meine Schippe gleich kaputt. Ich kann gleich eben drauf bauen. Ja, du hast ja mein Eisen jetzt. Ja, dann gebe ich dir dein Eisen ja auch wieder zurück. Pappkoppe. Ja, gut. Weil da ist nämlich noch was Erde. Und das dauert mir zu lange sonst. Letzt down. Ui, hier ist ganz viel. Letzt down. Ich hab auch schon wieder 32. Lassen wir mal eben mal eine Schippe. Also. Ich kann nicht mehr raus. Das war mein Hauptproblem gerade. Wo ist die Werkbank jetzt denn? Warte. Warte, ich hab Sticks. Ich hab noch Sticks. Warte. Bitte. Oh, danke. meine war nämlich platt ganze Erde klatschen nur noch die Erde klatschen er war die Erde weg zu klatschen lohnt sich und wenn man die auch Schuppen und das ist so dunkel hier sehen sie die Erde klatschen hauptberuflich und nebenberuflich und sie klatschen ich habe ja verdammt viel Silber gefunden ich weiß noch das letzte Mal als wir so verdammt viel Silber gesucht haben aber nichts gefunden da kann ich mich noch gut von erinnern das ist auch wieder Redstone ich muss jetzt mal nochmal ich bin schon wieder voll nochmal 27 schwärzt da es wird so langsam so jetzt will ich noch ein bisschen zu klatschen eine Fackel hierhin fertig da ist auch noch Erde die mache ich jetzt auch weg so Erde klatschen macht Spaß ich habe jetzt keine Erde mehr hey Redstone ich bin jetzt gerade ein bisschen so wahnsinnig einfach random am Wendel zerstören ich habe Kies das heißt eigentlich da geht die Hügel irgendwann weiter könnte sein ja ich gucke ich rufe dann ne mach doch mal ich buddel mal fleißig hier weiter ich bin gerade einen neuen Tunnel am ausheben hier da musst du vorsichtig jetzt sein wir sind hier auf Lava oh ja ich bin jetzt nicht aufgekommen schon wieder Lava gefunden nein überhaupt nicht oh da brauche ich hier nicht mehr weiter buddeln so hier ist Kies ohne Ende hier würde ich jetzt nicht mehr weiter buddeln ausgegeben und anders das ist verdammt viel Kies das ist der Kies der kommt zum Lüß und Erde mein Schipp ist gleich schon wieder kaputt ich bin jetzt nicht gern Baggerpartner ja habe ich mir auch gerade überlegt mit so einem Baggerpartner haben wäre schon geil ne ich muss mal eben ne Fackel setzen ja irgendwann würde doch verdammt dunkeln ja den ganzen Schippeln auf jeden Fall ist hier oh hier geht es ja noch weiter mit Erde und ich fliege echt schon wieder wohin fliegst du denn tschüss Faye ja ist das ätzend ein bisschen hingeflogen gequescht das ist wieder illegale ja nicht unterstützte modifizierte Version des Spiels verwendet verstehe ich ich weiß nicht was das ist aber das muss auf jeden Fall müssen wir mal gucken aber hatten wir ja noch gar keine Zeit für die sonst wird hier arbeiten ja genau wie geht das denn nicht ich will weiter Erde klatschen ich will jetzt wissen wo es weiter geht meine Schaufel ist fast kaputt schon wieder ich würde mich jetzt hier eigentlich mal über Gold ein bisschen freuen ne Gold das wäre jetzt noch nur ein Plus Ultra ne jetzt haben wir schon mal selbst ja sowieso Goldbüsche die fehlen hier echt noch weißt du wie du die Büsche oft findest da wo doch die unterirdischen ähm Minen sind ne ja wir haben bis jetzt noch keine gefunden ja gut wir haben ja erst gerade angefangen da findest du auf jeden Fall Goldbüsche das weiß ich da waren immer welche vielleicht haben die das mit Absicht gemacht dass du die nur in diesen Minen findest oder so das muss ja auch was schwieriger sein wenn du die in jeder Höhle finden würdest wäre das ja too much ich bin jetzt auch relativ voll mittlerweile ja ich weiss gleich schon ein paar Sachen wieder weg ich brauche einen Lavamülleimer das ist ja so ein Trash das ist ja so ein Trash das ist ja so ein Blüterimer ähm ich weiss gar nicht mehr wie der ging das findest du doch ja aber ich hab wahrscheinlich nicht die Materialien dazu der war glaube ich gar nicht so kompliziert ja erst mal klatscht hier weiter Erde ok jetzt ist wieder mein Dings weg was denn? was ist weg? meine Schippe äh du brauchst ne Truhe und Steine ich brauch jetzt gleich erstmal überhaupt ne Schippe probier ja könnt ihr höchstens mal ne angefangen gerade geben die hab ich noch ach die wird's mir geben nein ich sag könnte ich den mal eben geben ne das wär ganz nett ich bin noch nicht fertig mit dem ganzen Klatschen aber hier ist auch ne Erde wenn du was klatschen willst ja ich hab hier oben gerade Kies gefunden ok dann hast du noch einen für mich oder ja ich kann sie dir runterschmeißen von hier oben ja dann mach ist egal das ist Stein das ist nix juhu Steine oh ich muss gleich was essen hast du? ja ich bin gerade am craften das geht nicht so schnell ne oh oh ich muss was essen ich bin starving ja ich bin hungry warte Fee Achtung Flop kommt danke ja da ich hab gar nicht da ist noch ein Burger es macht richtig Spaß ich hab noch massig Kies da ist noch ein Burger ich hab noch massig Kies was ich klatschen kann und schon wieder ganz massig Erde gefunden haste nimm ich auch Kies vielleicht haben wir ja noch Glück und finden noch vielleicht irgendwas ein großes Erd hab ich gerade gefunden so ich sollte jetzt mal wieder Licht machen ich bin wieder massig dumm so ähm ich bin auf dem Grundstein oh dann kriegst du ihn nicht weg ne ne der geht ja gar nicht weg ah geil ich bin auf dem Grund das war schon ziemlich tief wenn wir auf dem Grund sind ja das würde mich mal interessieren ob Hammer ich glaub so tief doch einmal sind wir so tief gekommen ja ich war schon parat ja ich mein jetzt wir zusammen ist aber mega auf dem Grundstein dann sind wir aber schon zu ja eigentlich die perfekte Tiefe für Diamanten wo bist du denn? seh dich gar nicht mehr warte ich komm hoch ich zeig dir wo ah ich glaub ich hab die da geh jetzt mal da runter weißt du was da ist gleich runter da da war noch Kies da war noch Kies ja Kies findest du dann immer ja aber die Frage ist ob da was hinter ist ob da was hinter ist also was an Materialien ach so also oft war ich noch nie am Grundstein da sind wir eigentlich schon fast zu tief für Diamanten ja da ja muss nur einen höher da hab jetzt auch keinen Punkt mehr weiter zu kubbeln Grundstein gefunden Grundstein gefunden Grundstein gefunden glücklich ich geh jetzt mal da gucken wo noch die Erde ist ob da irgendwas dahinter ist so wir können uns eigentlich gleich auf dem Heimwege äh was kann ich noch machen ja vielleicht finden wir dann noch irgendwo eine Seite weiß ich noch was drüber nicht waren weil das auf Diamantenhöhe ist die Höhle sag ich mal die können wir ja auch noch noch einige Male glaube ich ähm auf jeden wie gut achten ich hab noch mal ein bisschen Kupfer gefunden oh Schade mit dem Gold Schade 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 Na gut geh mal zurück Fair ja ich bin schon auf dem Weg mich ja auch ja vor dir wir müssen hoch ne dann hast du die Seite wo wir noch nicht waren hier müssen wir hoch äh warte also Redstone haben wir ein bisschen was ich sag schon mal was ich sag schon mal was wir machen jetzt 2er Treppe oh oh ich will grad äh in die Küche müssen wir noch uah ja da oben sind aber auch noch Gänge da siehst du ja ja also ja ich mein auf der einen Seite vielleicht schon mal da haben mehr Glück das nimmst du was wir überhaupt wieder äh zufinden da sagen oder da? wir gehen hier lang Andi in diesem Lave oh komm gib Gas einfach hm jetzt kann ich die Sklepp mal äh runter muss nur ne aua ist erledigt ja wir können ja demnächst mal die höheren Gänge dann doch nehmen mhm weil wir waren ja schon am Grundstein genau uah hier lang oder? oder? ich denke jetzt haben wir die wieder auf der falschen Seite uah aua nein hier ist falsch da ist noch dunkel da ist noch dunkel da hinten ist aber hell oh ah liegt aber auch an einem an einem na lava guck vorbeeren vielleicht sollten wir doch erstmal zurück ähm da ist nämlich auch dunkel scheiß bin tot bist du noch am Leben? ja ja ah warte ich pack schon du hast mich erschlagen glaub ich sorry wenn ich das war war das du? ich hab deinen Rucksack mal eben eingepackt ja tp fejdo oder ne ja aber ich hab Gold gefunden warte nicht ey nicht runter bauen bist du bekloppt? oah ja super deinen Rucksack hab ich welchen Rucksack hast du eigentlich deinen großen ach klar ach klar aber die kleinen hab ich auch wieder gefunden äh eben so hier zack wo bist'n du? ne genau hinter dir nochmal im Grabstein da kann ich ein stück weiter und wenn wir schon mal Gold finden krieg ich mal den Rucksack wieder? äh ich seh mich zwar nicht aber ich schmeiß das einfach mal hin äh achso ich bin voll achso also geh mal wieder zurück am besten ach jetzt sehe ich dich hier lang irgendwo haben wir wahrscheinlich die falsche Abzweigung genutzt hier gehts nämlich auch wieder hoch ja dann war das hier jetzt sind die äh auf der richtigen Seite auch ja ja rechts oh ich hab oh ich hab keinen Schmerz gerade ausgerüstet da komm her wo hast du ihn angeguckt man? ich steh doch an der Wand ich hab danach in der Wand ich hab doch nicht genug dass du kannst da gibt's doch da gibt's doch ne nochmal auf das ist der Schwinguer das ist einer der uns jetzt in Ruhe lässt